Moin, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es um das Thema Ladungssicherungsnetze im Transporter. Heute reden wir ein bisschen über das vertikale Transporter-Netz, welches hier vor mir liegt. Das ist von der Höhe und von der Breite her ausgelegt für einen Mercedes Sprinter Crafter der Höhe 2. Mit einer Gurtbreite von 25 mm und einer Maschenweite von 175 x 175 mm ist dieses Netz hervorragend für die Cap-Branche geeignet. Die Befestigung an acht Kontaktpunkten an dem Fahrzeug erfolgt ganz einfach über ein Klemmschluss. Die Befestigung des Netzes erfolgt auf vier Ebenen, das heißt, man hat auf der linken und auf der rechten Seite jeweils vier Schlaufen, um das Ganze an dem Fahrzeug zu befestigen. Je nachdem, mit welchem Schienensystem Ihr Fahrzeug ausgestattet ist, entweder mit dem Airline-Schienensystem oder mit dem Stäbchen-Zurschienensystem, bekommt diese Fittinge, die im Lieferumfang sind, zum Einsatz. Und die Breite des Netzes variiert je nach Höhe von 1,45 m bis 1,70 m, angepasst auf die Konturen vom Sprinter und vom Crafter. Die Netzhöhe im Allgemeinen beträgt 180 cm. Der LC-Wert an den Befestigungspunkten beträgt 200 DRN und das gesamte Netz 400 DRN. Alle detaillierten Informationen zu dem Netz verlinken wir wie immer unter dem Video. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao!